hallo freunde was geht ab heute wird der ultra würfel einen tag lang bestimmen wie teuer unser essen sein wird außerdem wird heute das gewinnspiel vom letzten video aufgelöst da habe ich mein komplettes einkommen an euch verschenkt es geht los der würfel geht von 0 euro bis 90 euro mal schauen wie viel geld wir beim frühstücken ausgeben werden wir gehen in eins der teuersten frühstücksrestaurants hier in hamburg freunde kurze werbung myprotein feiert zehn millionen kunden dafür gibt es 42 prozent auf alle produkte ohne ausnahme rabatt in der video beschreibung weiter mit dem video es geht los marco wird so schnell wieder aufgesagt marco würfelt jetzt für die beiden wie viel geld die beim frühstück ausgeben müssen ich habe hier eine zweite kamera jetzt sind wir dran ich lass mal mehr in die würfeln das hier sind jetzt die preise hier in dem restaurant wo wir frühstücken sind also wir könnten uns fast dreimal das große frühstück für zwei holen und ich glaube ihr beide wir haben die bestellung jetzt aufgegeben der kälte wollte das wirklich alles haben das ist schon mal das brot guck mal wie viel butter uns gegeben hat er dachte das ist alles unser schön morgens direkt sauf dass er doch das haben die und ich zweimal haben jetzt auch endlich deren frühstück zwei croissants für 4,90 also insgesamt 9,80 wenn ich jetzt wenn du jetzt guckst ne auf den tag verteilt ich glaube dass es uns besser geht am ende des tages als euch meinst du das ist noch nicht mal alles ok leute ich glaube wir haben alles hier ist nämlich noch so ein tower angekommen das alles ist für mandy und mich außer das nicht mehr was zu trinken und wir können uns gar nicht satt trinken wir sind ja gleich getrunken wir haben eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf getränke ne zwölf getränke aber ich habe echt hunger also ich freue mich auf das schaffst du das alles alles nicht aber den rest können wir ja auf jeden fall mitnehmen mandy und ich fangen gerade erst an und nach fünf minuten jenny und marco sind fertig seid ihr satt geworden also jetzt nicht satt satt aber es ist nicht so dass ich jetzt schreie oh meinst du mir schreck ich muss unbedingt noch was essen ich habe todeshunger ihr habt erst vier croissants und vier brötchen gegessen wir haben jetzt schon richtig viel geschafft außer den alkohol den trinken wir jetzt morgens nicht weil wir das video noch zu ende drehen wollen wir haben vieles einpacken lassen für obdachlose das bringen wir jetzt gleich wir hatten vorher noch macarons dazu bestellt die hat er uns jetzt auch noch gebracht 98 euro leute also wir haben richtig gerechnet ein teures frühstück aber es geht weiter wir haben gerade zufällig noch philipp und kathy getroffen hallo wir sind jetzt im steakhouse hier kann man auch immer gut geldlos werden mandy darf diesmal würfeln also 40 ist in ordnung oder? das ist nicht euer ernst das ist nicht euer ernst du musst werfen oh shit ok wieviel dürft ihr ausgeben? 30 30 oh ok dann werden wir wieder nicht satt aber das ist ok oder? das ist nahezu perfekt ey 30 ist wirklich gut ja doch das geht hier die teuersten steaks kosten hier so zwischen 15 und 18 euro und wir haben ja 90 euro budget also können wir 6 steaks essen zu zweit das ding ist ich habe jetzt gerade gar nicht so doll hunger schon so ein bisschen aber das frühstück sitzt noch sehr tief schaffst du 3 steaks? also ich schaff ich nicht dann kannst du meine auch noch mit essen ja komm das geht jeder hat 3 kartoffeln dazu ja 3 t boom steaks sind dann eineinhalb kilo dann 3 kartoffeln und dreimal knoblauchbrot leute ihr wisst ich bin Mandy Stoney wir werden unser bestes geben wir haben ja 30 euro gewürfelt gerade ich glaube die kosten je 2,50 so sind wir bei 5 euro plus 9,90 Euro für das steak plus ihr seid auch 9,90 Euro für das steak plus 2,60 Euro für sein Brokkoli plus 2,60 Euro für mein Brokkoli wow jenny und Marco haben hier zwei getränke und zwei steaks ja dann zweimal Brokkoli Mandy Steak das sieht so lecker aus dann habe ich hier einmal noch Brokkoli und einen Salat einen Salat und zwei getränke eine Cola und ein Wasser das hier ist mein Steak doppelt so groß wie von den anderen dazu habe ich Bohnen mit Zwiebeln und auch einmal Brokkoli und ein Wasser schmeckt es euch? sehr lecker richtig gut Mandy hat leider nicht alles geschafft ich schon außer ein bisschen Kartoffeln wie ist es mit euch? mit satt geworden gefühlt? satt geworden war super lecker und ich finde ich habe eine super Zahl gewürfelt weil mit 30 Euro sind es perfekt ausgefallen ok und wer von euch würfelt beim Abendessen? wir zusammen so mit Head in Head oh süß wir dann auch Schatz was machst du da? Kürtel aufmachen das ist richtig 10 zu mir gegessen wir haben jetzt 90 Euro bezahlt Jenny und Marco hatten ja 30 das heißt wir haben nur 60 ausgegeben Schatz also müssen wir jetzt noch weiter und die 30 Euro auch noch irgendwo ausgeben wir haben hier übrigens immer noch die Reste vom Frühstück weil wir die echt nicht wegschmeißen wollen wir wollten die wirklich an Obdachlose verschenken und wir laufen heute schon durch ganz Hamburg und haben heute einfach noch keinen Obdachlosen gesehen weil das ist Kacke so Sachen wegzuschmeißen dafür ist eine Challenge nicht da die soll zwar Spaß machen aber man muss auch nicht verschwenderisch umgehen da wir noch 30 Euro offen haben haben wir uns einfach Kaffee, Thai Latte und Kuchen geholt die Preise blenden wir euch hier ein wir haben immer noch ein bisschen offen wir können wirklich nicht mehr und stopfen bringt nichts deswegen werden wir das Geld einfach spenden lasst es euch schmecken danke, danke vielleicht habt ihr beim nächsten Mal Würfeln Glück also es geht also ich hab noch im Gedanken dass wir Abendessen vor uns haben und jetzt hab ich so ein bisschen Sorge dass wir auf einmal die hohe Zahl am Abend würfen ich hoffe wir würfeln eine kleine Zahl weil wir sind einfach so voll wir gehen jetzt zu uns nach Hause dieser Betrag wird gespendet denn den haben wir nicht mehr geschafft zu essen und hoffentlich wird das Abendessen nicht ganz so teuer so dass wir es noch schaffen werden beim Abendessen haben wir uns überlegt etwas zu bestellen nicht beißen letzte Runde Freunde es gibt Abendessen wir haben alle keinen Hunger aber wir würfeln nochmal und zwar beide zusammen und zwar keine 90 der Würfel bewegt sich nicht oh shit oh shit was ist das? 40 40 40 Euro Sushi ich hab gar nicht erzählt was wir bestellen also wir bestellen Sushi bei so einem der angesagtesten Läden hier in Hamburg auch und da geht 40 da geht 40 Euro denke ich mal rein oh 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 würfel nachfrisch bestellen Weil, Alter, schön, dich kennenzulernen. Geht ihr das los? Nein! Alter, das ist nix essen. Wir haben auch gar keinen Hunger. Danke, Würfel. Ihr wart echt günstig heute. Ihr habt 40 Euro ausgegeben. Ihr 220. Der Würfel hasst uns einfach. Ihr könnt auch singen. Wir essen Sushi. Für deren Kanal haben wir auch ein Video gedreht. Und zwar haben wir diesen TikTok-Tanz versucht. Und für uns gibt es jetzt noch Sushi. Wir haben jetzt bei Alster Sushi bestellt. Das ist der aktuell am besten bewertetste Sushi-Laden. Von Lieferando mit 4,5 Sternen und 2900 Bewertungen. Und es hat 38,65 Euro gekostet. Und den Rest geben wir Trinkgeld. Danke, bis zum nächsten Mal. Guck, I'm clean. I just würfel and I eat. Jetzt kann ich wieder Dorscht drehen. So ist gut, oder? Kamera einstellen, passt. Die ist super. Jetzt müsst ihr uns nicht mehr benehmen. Wie ist das? 40 Euro. Zwei so ne Päckchen. Wow. So sieht das Ganze aus. 40 Euro Sushi. Ja. Ist okay. Mal gucken wie es schmeckt. So kann man meine Nase auch mit essen, wenn man es so muss. Deine auch. Du bist ne Nase. Ey, so Päckchen. Ich glaube der Würfel hasst uns. Die haben so wenig ausgegeben, wie wir. Nur für das allein schon. Also ich würde auf jeden Fall sagen, mega, super, ultra, was weiß ich für ein Würfel. Kommt erst wieder auf 10.000 Likes. Zu teuer. Den hier essen wir nicht. Den geben wir an unsere Nachbarn, weil den mag keiner. Ich weiß gar nicht, wen der bestellt hat. Der hat den bestellt hat. Ich weiß auch nicht. Dann. Ich hab fast über mein Laptop gestolpert, Kabel. Wir haben jetzt noch drei von den vier Makaros. Zweieinhalb. Da haben wir schon abgebissen. Wir haben die fast vergessen zu zeigen, wie wir die essen. Aber Makaros sind schon was geiles. Mhm. Wir haben heute echt richtig viel Geld ausgegeben. Aber wir haben auch ein bisschen gespendet und ein bisschen Essen an die Leute verteilt, die Hunger hatten. Wir haben zwar keine Obdachlosen gefunden, aber unsere Nachbarn hatten auch Hunger. Und natürlich, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Dann konntet ihr auch Geld gewinnen. Jetzt gibt es die Auflösung, wie viel Geld ihr gewinnen könnt und wer der Gewinner ist. Ich finde noch spannender als die SDS-Auflösung hier. Kennst du das? Und dann ist erstmal wieder Werbung. Zuerst schauen wir uns mal die MyProtein-Affiliate-Einnahmen ein. Wir haben hier eine Kommission von 128 Euro. Zwar hatten wir beim Frühstück 32 Euro eingespart, also rechnen wir die 128 plus 32. Schauen wir uns mal gemeinsam an, wie viel Geld Amazon am 30.08. gemacht hat. 25 Euro Verkäufe. Ich hatte ja im letzten Video eine Runde Pokerstars gespielt und 30 Euro gewonnen. Wie viele E-Books habe ich am 30.08. verkauft und wie viel Umsatz kam dabei raus? 8,99 Euro. Schade. Normalerweise werden auch mehr verkauft, aber beim Abendessen hatten wir im letzten Video ganze 55 Euro eingespart. Wie viel Geld haben wir mit Amazon gemacht am 30. August? Leider 0 Euro. Und jetzt kommt die letzte Einnahme YouTube und wir haben hier Umsatz leider nur 59 Euro. Sind wir bei 340 Euro. Also jemand von euch gewinnt jetzt 340 Euro. Ich werde den Gewinner jetzt auslosen. Das hier ist das Video. Ihr könnt es sehen. Ich kopiere jetzt mal den Link hier rein. Wir filtern mal die Leute, die zweimal kommentiert haben. Damit jeder gleich die Chancen hat. Get YouTube Comments. Und 3149 verschiedene Leute haben kommentiert. Ich mache das Ganze nur einmal, nur ein einziges Mal diese Person gewinnt. Es geht los und der Gewinner ist... Oh mein Gott. Wer hat gewonnen? 340 Euro. 340 Euro Cash. Der Gewinner ist Barhat Zagrid Pekin. Barhat Punkt 6 2. Ich rufe ihn mal an. Hallo. Hallo. Kennst du mich? Ja, genau. Wie heißt du? Barhat. Hast du mein letztes Video gesehen? Da hast du ja beim Gewinnspiel mitgemacht. Und ich habe gute Nachrichten für dich. Du hast gewonnen. 340 Euro. Wirklich? Ja. In Bar gebe ich dir auf die Hand. Freust du dich? Ja. Wie alt bist du? Ich werde jetzt 5. Und was willst du mit dem Geld machen? Ich bin auf Anspruch. Für den Führerschein. Oh, sehr gut man. Respekt. Ich nehme das für YouTube auf. Ist das okay? Ja. Hau rein. Ciao. Ciao. Barhat war auf jeden Fall überrascht. Ich habe in diesem verdammt teuren Video 500 Euro ausgegeben. Aber macht nichts. Für euch nur das Beste. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Hier kommt jetzt das nächste Video vom YouTube Sunday. Abonniert auf jeden Fall auch Jenny und Marco. Und bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss. Tschüss.